Lernen oder Pauken Maria ist eine russische Schülerin, die Deutsch lernt. Ihre Sommerferien verbringt sie bei ihrer deutschen Freundin Katharina in Köln. Maria ist zum ersten Mal in Deutschland und von diesem Land begeistert. Sie interessiert alles, was mit Deutschland irgendwie zu tun hat. Das Schulsystem lässt sie dabei auch nicht unter den Tisch fallen. Das Gebäude dort drüben ist meine Schule. Das braune, links? Genau. In einem Monat fängt die Schule wieder an. Warte mal, nicht am 1. September? Nein. Warum wunderst du dich denn so? Bei uns beginnt die Schule immer am 1. September. Ach so. In Deutschland ist das nicht der Fall. Wir gehen teilweise schon ab August wieder zur Schule. Die Ferien sind verschieden gestaffelt. Ihr habt Glück. Ich wünschte, ich könnte in deiner Schule lernen. Da ehrst du dich gewaltig. Wir haben nur sechs Wochen Sommerferien. Tja, und die sind wie weggeblasen. Mit wie vielen Jahren kommt man bei euch in die Schule? Mit sechs kommt man in die Grundschule. Aber vorher, wenn man Lust hat, besucht man den Kindergarten. Lust? Eben, wenn die Eltern es wollen. Wie war es bei dir? Ich habe den Kindergarten nur vormittags besucht. Eine Ganztagsbetreuung kommt selten vor. Eigentlich war das eine ganz tolle Vorbereitung auf die Schule. Wir haben dort nämlich spielerisch gelernt. Wie lange geht man eigentlich in die Grundschule? Die umfasst im Allgemeinen vier Jahre. Und in den ersten beiden Schuljahren kriegt man keine Noten. Danach wechselt man in eine andere allgemeinbildende Schule, die zwei Jahre dauert. Heißt sie Realschule? Nein, das ist eine sogenannte Orientierungsstufe. Aber unter Umständen nennt man sie in jedem Bundesland unterschiedlich. Man entscheidet hier, was man später lernen und auf welche Schule man wechseln will. Es gibt vier Möglichkeiten. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Die vierte ist mir entfallen. Gesamtschule. Genau. Und wodurch unterscheiden sich diese Schularten? Tja, da muss ich mal überlegen. Im Grunde genommen vermittelt die Hauptschule ihren Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung. Damit dem Schüler der Weg in die Berufsausbildung erleichtert wird, erhält jeder Hauptschüler Unterricht in Arbeitslehre. Nach dem Hauptschulabschluss geht man normalerweise in die Berufsausbildung. Stimmt's? Meistens schon. Und die Realschule? Die vermittelt ihren Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung und führt zu einem mittleren Schulabschluss. Sie ist also besser als die Hauptschule. In der Realschule kann man mehr erfahren. Aber wenn man aufs Gymnasium geht, da hat man die Möglichkeit, eine vertiefte allgemeine Bildung zu bekommen. Es gibt da sowohl Pflichtfächer wie auch Wahlfächer. Die Schulflächer sind einem Aufgabenfeld zugeordnet. Kannst du das bitte näher erläutern? Der Schüler kann selber entscheiden, was er lernen möchte. Was für ihn von besonderem Interesse ist. Es gibt zum Beispiel das sprachlich-literarisch-künstlerische, das gesellschaftswissenschaftliche und das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Profil. Kann jeder aufs Gymnasium gehen? Eigentlich schon. Die einzige Voraussetzung, die es gibt, sind starke Leistungen. Da muss man also sehr gut sein. Eben. Hauptschulabschluss und Abitur sind also nicht gleichgestellt. Natürlich nicht. Das Abitur macht man nach dem Abschluss der gymnasialen Oberstufe. Diese Abiturprüfung findet in vier Fächern statt. Wie lange muss man zur Schule gehen, bis man das Abitur macht? In der Regel 13 Jahre. Das Abitur ist eine Voraussetzung für das Hochschulstudium. Klar. Ich habe große Angst vor dem Abitur. Aber du hast doch noch Zeit, bis du das Abitur machst. Ja. Ich weiß. Aber mir rutscht das Herz in die Hose, wenn ich daran denke. Weißt du? Man muss ja eigentlich bloß tüchtig sein und fleißig lernen. Das heißt, wir müssen pauken und büffeln. So ist es. Ohne das kommt man nicht voran. Das Abitur schaffen wir schon. Ich wünsche mir auch, so überzeugt zu sein. Zurück zu den Schulen. In welche gehst du denn? In die Gesamtschule. Warum hast du dich gerade für diese entschieden? Die finde ich gut. Sie liegt nicht weit von meinem Haus und fasst alle schon erwähnten Schularten organisatorisch und pädagogisch zusammen. Möchtest du dir mal meine Schule ansehen? Gerne. Dann können wir gleich mal vorbeischauen. Was machst du da? Lernst du in den Ferien? Jeden Tag lerne ich Englisch. Ich muss Grammatik üben, Texte lesen und so weiter. Du warst doch immer gut in Englisch. Stimmt. Das ist mein Lieblingsfach. Und ich mache das, weil ich von der Sprache begeistert bin. Sie ist ja auch leichter als Deutsch. Ach so. Es ist mir eben eingefallen, du lernst auch Englisch als zweite Fremdsprache. Weißt du, um unsere kostbare Zeit nicht zu vertrödeln, könnten wir mal zusammen üben. Eine glänzende Idee. Eigentlich viel besser, als ein Loch in die Luft zu gucken. Ich frage dich mal Wörter ab. Geht das? Das erinnert mich an die Vorbereitung auf einen Test. Jedes Mal bekomme ich Bauchschmerzen, wenn wir eine Klassenarbeit schreiben müssen. Wie steht's mit deinem Hörverstehen? Es lässt zu wünschen übrig. Das ist mein Wunderpunkt. Ich habe eine Kassette mit spannenden Geschichten, darunter auch Gruselgeschichten. Was sagst du dazu? Die müssen wir uns auf jeden Fall anhören. Ich hole sie gleich. Nachdem die Mädchen einen Hörtext gehört haben. Na, hast du alles verstanden? Zu meinem Erstaunen nicht alles. Eigentlich war ich immer im Hörverstehen gut. Aber diesmal warst du nicht so gut? Zu viele Fremdwörter. Da bin ich überfordert. Ah, guck mal, was draufsteht. Stufe 4. Ach so. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen noch viele Wörter lernen. Weißt du, mitunter habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Früher konnte ich die Wörter durchlesen und im Nu hatte ich sie im Kopf. Wir sind in unser Lernen ja ganz versunken. Vertreten wir uns die Füße? Gerne. Studieren. Warum nicht? Grüß dich, Katharina. Hallo. Was macht dein Studium? Es geht. Im Moment bin ich ganz schön im Stress. Prüfungsstress? Klar. Diese Woche schreiben wir vier Klausuren. Das ist mehr, als ein Mensch fertigbringen kann. Da habt ihr ja einen blöden Plan. Da hättet ihr euren Professoren Bescheid sagen müssen. Weißt du, so kann man es eigentlich nicht schaffen, sich gründlich auf alle Klausuren vorzubereiten. Du hast recht. Aber der Plan steht schon fest. Niemand wird ihn ändern. Und eigentlich müsste man sich auf die Klausuren nicht einen Tag, sondern das ganze Jahr über vorbereiten. Habt ihr schon was geschrieben? Ein paar Klausuren. Und? Wie sind deine Leistungen? Ich habe eine Eins geschrieben und fast alle anderen hat der Dozent mit einer Drei bewertet. Ich habe Glück gehabt. Das schon. Aber man müsste ständig alles wiederholen, sonst raucht dir der Kopf, wenn du Tag und Nacht vor der Klausur lernst. Und diese Gehirnakrobatik bekommt dir nicht gut. Stimmt. Da kann man verrückt werden und Blut und Wasser vor der Prüfung schwitzen. Und wie ist es bei dir? In zwei Wochen ist Abgabetermin und an der Arbeit ist noch etwas zu berichtigen. Guck mal da. Die angestrichenen Stellen muss ich anhand weiterer Bücher genau prüfen. Mein wissenschaftlicher Betreuer hat nämlich gesagt, dass nur so die ganze Arbeit Hand und Fuß bekommt. Weißt du, Ich kann meinen Bruder fragen. Er promoviert gerade und beschäftigt sich intensiv mit dem gleichen Thema. Das ist lieb von dir. Aber ich will nicht. Ich will nicht, dass mir jemand diesen Dienst erweist. Ich möchte lieber alles selber machen, obwohl mir die Diplomarbeit unter den Nägeln brennt. Wann musst du das Staatsexamen machen? So ungefähr im Juni. In mündlicher und schriftlicher Form. Ich habe gehört, dass der Professor sehr streng ist. Aber der Vorteil ist, in drei Monaten bist du mit deinem Studium fertig und hast freie Hand und ich habe noch eine lange Strecke vor mir. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ich spiele oft mit dem Gedanken, mit dem Studium aufzuhören. Das hat gerade noch gefehlt. Auf keinen Fall das Studium aufgeben. Du hast dir so viel Mühe gegeben und nun einfach so das Studium unterbrechen oder sogar aufgeben? Unglaublich. Dazu bist du eine leistungsstarke Studentin. Eine, auf die man große Stücke hält. Übertreibe bitte nicht. Ich bin schon ganz rot. Besinne dich. Jetzt, wo dein Wunsch in Erfüllung geht, rümpfst du die Nase. Du benimmst dich wie ein launisches Kind, das bei jeder Gelegenheit aufgibt. Ich habe aber die Nase voll. Jeden Tag bis spät in die Nacht hinein muss ich pausenlos pauken. Du hast diesen Weg selbst gewählt. Du warst von Medizin so begeistert und konntest dir nichts anderes vorstellen, als Ärztin zu werden. Erinnerst du dich an die Zeit, als du bereit warst, für dein Ziel Berge zu versetzen? Ja klar. Ich verstehe eigentlich, dass das alles nicht auf der Strecke bleiben soll. Aber manchmal sind meine Nerven zum Zerreißen gespannt. Von Zeit zu Zeit brauche ich doch Abwechslung. Da ist der Wurm drin. Ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass man eben mal ausgehen und nicht den ganzen Tag über über den Büchern hocken sollte. Abgemacht. Nach der Prüfungszeit machen wir eine tolle Korkenparty. Guck mal, da kommt deine Schwester. Wo denn? Siehst du da die Schüler, die im Gänsemarsch gehen? Deine Schwester ist mittendrin. Wie spät ist es denn? Gegen zwei. Übrigens, wie geht es deinem jüngeren Bruder? Hat der schon das Abitur gemacht? Nein, noch nicht. Was möchte er in Zukunft machen? Er hat vor, sich an der Uni zu bewerben. Fachrichtung Betriebswirtschaft. Er geht im Moment auf ein Gymnasium, wo der Schwerpunkt Wirtschaft ist. Aber es kommt sehr oft vor, dass der Unterricht ausfällt. Und das kurz vorm Abitur. In diesem Jahr ist er selbst viel wegen Krankheit dem Unterricht ferngeblieben. Aber wir machen uns keine Sorgen, weil er lauter Einsen hat. Weißt du, er hat schon so eine hervorragende Arbeit geschrieben, dass sogar ein Professor ein Gutachten über diese Arbeit abgefasst hat. Das ist ja ein kluger junger Mann. Und deine jüngste Schwester? Sie lernt sehr gern Englisch. Wir sind der Meinung, dass sie für Fremdsprachen begabt ist. Das stimme ich dir zu. Jedes Mal, wenn ich zu dir komme, sitzt sie über den Büchern und übersetzt was. In Zukunft wird sie wohl Übersetzerin, Dolmetscherin oder Sprachwissenschaftlerin. Weißt du, einmal hat sie mir ein Buch geborgt. Alle Fremdwörter waren darin angestrichen und ein Zettel mit den Übersetzungen war hineingelegt. Eine ganz tüchtige Arbeit. Du hast recht. Sie ist von Fremdsprachen begeistert und könnte später auch Lektorin werden. Schon jetzt träumt sie von einem Praktikum in einer Schule. Wenn sie Pädagogin werden will und ihr Traum in Erfüllung gehen soll, muss man ein Praktikum in der Schule machen. Das musst du ihr selber sagen. Sie wird außer sich vor Freude sein. Also melde dich, wenn du mit deiner Diplomarbeit fertig bist. Das muss irgendwie gefeiert werden. Abgemacht. Vor der Prüfung. Ich habe Angst in den Knochen. Du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Du bist die beste Studentin. Diese Prüfung wirst du auf jeden Fall bestehen. Weißt du etwa nicht, dass man alles verhauen kann? Du bist aber doch ein heller Kopf. Auf die schwierigste Frage hast du immer eine Antwort. Keine Sorge. Dazu ist der Professor nicht sehr streng. Nicht einmal ich habe Angst vor dieser Prüfung. Und du kennst mich ja in- und auswendig. Noch vor einigen Tagen war ich in diesem Fach stockdumm. Du hast aber Tag und Nacht gebüffelt. Tja, wir müssen wohl keine Angst haben. Irgendwie schaffen wir das. Man muss immer das Gesagte durch Tabellen veranschaulichen. Der Professor mag das sehr. Das muss man in Kauf nehmen. Nur Mut. Wir werden uns nicht wie Ertrinkende an einen Strohhalm klammern. Hoffentlich schneiden wir gut ab. Mal sehen. In der Prüfung. Ziehen Sie eine Karte. Na, zögern Sie nicht. Nummer drei. Sie haben 15 Minuten Zeit zur Vorbereitung. Wenn Sie früher fertig sind, melden Sie sich bitte. Nehmen Sie davon links Platz. Lea setzt sich, fasst sich und bereitet sich vor. Zehn Minuten später. Herr Professor, ich bin fertig. Kommen Sie bitte her. Welche Karte haben Sie? Nummer drei. Ich habe eine glückliche Hand gehabt. Was sagen Sie zu dem Thema? Lea antwortet sehr ausführlich, geht auf die Einzelheiten ein. Meinen Glückwunsch. Sie haben sich sehr gründlich auf die Prüfung vorbereitet. Ich gebe Ihnen eine Eins. Vielen Dank, Herr Professor. Auf Wiedersehen. Lea lacht das Herz im Leibe, weil ihre Bemühungen mit einer Eins gekrönt worden sind. Zufrieden verlässt sie den Hörsaal. Wenn man ein Buch liest. Hallo Katharina, was suchst du denn da? Ich brauche Fabeln von Lessing. Hast du schon was gekauft? Nein, ich sehe mir bloß Neuerscheinungen an. Auf welchem Gebiet? Medizin. Ich muss immer auf dem Laufenden sein. Na, hast du dir schon was ausgesucht? Ja, schon. Es gibt einen Band, aber er ist schweineteuer. Du kannst ihn dir in der Bibliothek ausleihen. Das nützt nichts. Dieses Buch kann als Nachschlagewerk dienen. Und ein Bibliotheksbuch muss ich in zwei Wochen zurückgeben. Wenn du dieses Buch für dein Studium brauchst, musst du es kaufen. Nichts zu machen. Das weiß ich. Ich gehe mal rüber zur Verkäuferin. Und ich habe schon fast alle Abteilungen abgeklappert. Ich muss nur noch in die für Kinder. Okay. Treffen wir uns am Ausgang. In der Abteilung für schöne Literatur. Entschuldigung. Ich brauche Fabeln von Lessing, kann aber keine finden. Ich muss mal nachsehen, ob da was vorhanden ist. Wissen Sie, sie sind leider ausverkauft. Warten Sie mal. Das Taschenbuch ist vergriffen, aber es gibt einen Schmuckeinband. Der kostet aber mehr. Ja, stimmt. Aber es lohnt sich. Der Band ist reich bebildert. Eine Prachtausgabe. Kann ich ihn kurz sehen? Bitte? Ja, das Buch hat einen schönen Druck. In welchem Jahr ist es erschienen? 2002. Schauen Sie mal auf die Auflage. Nur tausend Exemplare. Lessing ist ja ein Klassiker. Dadurch erwerben sie ein Buch für die Ewigkeit, das auch ihre Kinder mit großem Interesse lesen werden. Ein so wertvolles Buch. Der Preis ist aber gepfeffert. Die Fabeln sind in mehreren Auflagen erschienen und diesmal in einer neuen, ergänzten und bebilderten. Sie haben mich überzeugt. Ich nehme das Buch. Sie werden Ihren Kauf nie bereuen. Zahlen Sie an der Kasse. Ihre Quittung, bitte. Eine Tüte? Nein, danke. Danke für den Einkauf. Am Ausgang. Ich habe mir die Beine in den Bauch gestanden. Wo bist du denn noch gewesen? Ich konnte es nicht übers Herz bringen, das Buch nicht zu kaufen. Warum denn? Der Preis war saftig. Und wie hast du dich letztlich entschieden? Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Guck mal, was für eine Ausstattung das Buch hat. Über 400 Seiten. Ja, toll. So etwas Ähnliches habe ich diese Woche im Antiquariat entdeckt. Aber schau mal, die Seite ist nur halb bedruckt. Oh du meine Güte. Das Buch ist doch vom Umtausch nicht ausgeschlossen. Nein, warte mal. Ich gehe das gleich umtauschen. Ich komme mit, damit du nicht wieder reinfällst. Einige Zeit später. In Ordnung. Was hast du da in der Tüte? Ein Märchenbuch. Für meine Nichte. Die schmökert gern in Märchen. Als ich klein war, habe ich mich immer ganz gemütlich aufs Bett mit meiner Wolldecke gesetzt und Märchen verschlungen. Einige Märchen sind so zerlesen, dass das Buch aus losen Blättern besteht, obwohl ich jedes ganz sorgfältig in Papier eingeschlagen hatte. Im Märchenbuch, das mir besonders gefiel, machte ich Eselsohren oder legte ein Lesezeichen hinein. Und mein Bruder nimmt kein Buch zur Hand. Er sieht nur fern. Das kommt noch. Ich habe eine Bekannte, die alles liest, was ihr unter die Hände gerät. Alles durcheinander. Obwohl sie eine Menge liest, tut sie das nicht aufmerksam. Ich kenne auch solche Leseratten, die nur flüchtig, diagonal lesen. Ein solches oberflächliches Lesen bringt keinen Nutzen. Ich gebe dir recht. Ich lese das Buch Kapitel für Kapitel. Nur das gezielte, bewusste und ausgewählte Lesen bringt was. Was hältst du vom Krimi-Lesen? Wenn ich im Stress bin, lese ich gerne Kriminalromane. Der Autor lässt seinen Leser immer nachdenken. Er ist in die Handlung verwickelt, indem er mit dem Autor den Fall löst. Für mich ist das das Wichtigste, dass der Autor das Handeln und Denken seiner Gestalten realistisch darstellt. Das trifft ja nicht immer zu. Science-Fiction-Stücke sind eine Ausnahme. Mal ziehe ich eins aus meinem Bücherschrank raus und lese es in einem Zuge. Du liest gern Unterhaltungsliteratur? Kaum zu glauben. Aber ich muss auch ganz viele Fachbücher lesen und davon habe ich die Nase voll. Ich verstehe dich. Besonders, wenn man in die Bibliothek gehen muss. Hast du dich übrigens in einer Bibliothek angemeldet? Vor zwei Monaten. Und seit dieser Zeit bin ich dort Stammleser. In welche Bibliothek gehst du? In die im Zentrum. Dort gibt es Leseseele für Naturwissenschaften, für Gesellschaftswissenschaften und einen Zeitschriftenlesesaal. Ist das eine Freihandbibliothek? Nein, man muss einen Bestellschein ausfüllen. Danach lässt du dir das Buch geben. An demselben Tag muss man es zurückgeben, oder? Einige kannst du hinterlegen. Ich bevorzuge solche Bibliotheken, in denen man Bücher für zu Hause ausleihen kann. Und wenn zum Beispiel die Leihfrist abgelaufen ist, kann man sie ein paar Mal verlängern. In solchen Bibliotheken sind leider nicht alle Bücher vorhanden. Da hast du recht. Sag mir mal die Adresse der Bibliothek. In der Bibliothek. Guten Tag. Sagen Sie mir bitte, wie ich Leserin Ihrer Bibliothek werden kann. Haben Sie einen Personalausweis bei sich? Ich habe meinen Pass und eine Studentenkarte mit. Sie müssen zuerst ein Leseformular ausfüllen. Schreiben Sie bitte deutlich in Druckschrift. So? Auf der Rückseite ist die Leseordnung. Machen Sie sich damit vertraut. Ich brauche Ihr Foto. Bitte. Hier ist Ihre Lesekarte. Wann hat der Lesesaal geöffnet? Unsere Bibliothek hat besucherfreundliche Öffnungszeiten. Sie ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, außer sonntags. Jeden letzten Donnerstag im Monat ist die Bibliothek zu. Dankeschön. Ich möchte das Literaturlexikon von Träger. Füllen Sie bitte den Bestellzettel aus. Tragen Sie bitte den Titel und die Signatur des Buches ein. Wo kann ich die rausbekommen? Da vorn ist der Sachkatalog und da hinten der alphabetische. Schlagen Sie bitte nach oder benutzen Sie den Computer. Einige Zeit später. Kann ich die Bücher erhalten? Ihre Lesekarte bitte. Das Literaturlexikon ist leider ausgeliehen. Ich brauche dieses Buch aber ganz dringend. Kann man es irgendwie über die Fernleihe bestellen? Schon, aber dazu muss man einige Formalitäten erledigen. Der Schein trügt, doch nicht immer. Na endlich! Ich habe 20 Minuten auf dich gewartet. Habe schon gedacht, dass dir etwas zugestoßen ist. Verzeih mir. Mich hat meine Schulfreundin angerufen. Du hättest dir aber sagen können, dass du einen Termin hast. Klar. Aber sie hat Liebeskummer. Und hat dir ihr Herz ausgeschüttet. Genau. Kennst du sie eigentlich? Vom Sehen? Erinnere dich an meinen Geburtstag vor zwei Monaten. Eine junge Frau im karierten Rock? Genau. Hat sie Schluss mit ihrem Freund gemacht? Nicht ganz. Umgekehrt. Komisch. Er schien eher bis über beide Ohren verliebt zu sein. Naja, ich dachte auch, dass er ganz verknallt ist. Der Schein trügt offensichtlich. Das habe ich dann auch gedacht. Wie heißt er denn? Daniel. Daniel? Der junge Mann mit abstehenden Ohren und mit Stupsnase? Und ein sommersprossiges Gesicht. Was für ein Zeug redest du da? Das war nicht Daniel. Ich habe allerdings nur vage Erinnerungen an diesen Tag. Das war Jan. Der saß dauernd mit zusammengepressten Lippen und gerunzelter Stirn da. Und wortkarg war er. Er hatte Ringe unter den Augen und eingefallene, unrasierte Wangen. Ja, und wenn jemand scherzte, verzog er den Mund spöttisch. Und er strich immer das Haar aus der Stirn. Sein Benehmen ging allen auf die Nerven. Er ist ein mieser Typ. Alle Gäste fanden ihn abstoßend. Was hat er denn gemacht? Hast du das nicht erlebt? Ich musste früher weggehen, um meine kranke Tante zu besuchen. Er war ziemlich frech, arrogant und hochnäsig. Das ist aber kein Grund, ihn so zu behandeln. Er verkohlte alle meine Gäste und zeigte ihnen bei jeder Gelegenheit, dass er sie blöd findet. Jetzt weißt du, was er für ein Mann ist und wirst ihn nicht mehr einladen. Ja. Guck mal, da kommt Tim. Grüß dich, Tim. Tim kommt angerannt. Er ist außer Atem und der Schweiß steht ihm auf der Stirn. Sophie kennt seinen Vater sehr gut, weil ihre Familien sehr eng befreundet sind. Tim ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Er hat eine lange gebogene Nase, die er in viele Sachen steckt. Er redet durch die Nase, als ob er immer schnupfen hätte. Sein Kopf ist flach und die Stirn ist hoch und fliehend. Wenn er auf einen erleuchtenden Gedanken kommt, schlägt er sich ganz heftig vor die Stirn. Und seine Augen beginnen dann zu strahlen und zu glänzen. Übrigens sind seine Augen mal trübe, mal blitzend. Seine Ohren sind anliegend, den Mund hat auf dem rechten Fleck. Und beim Lachen hat er Grübchen. In der Uni ist sein Name in aller Munde, da er sehr aktiv ist. Das Schönste ist wohl an seinem Äußeren das kurze Haar. Es ist pechschwarz und lockig. Als er klein war, ließ er seinen Schädel kahlscheren. Doch später ließ er die Haare wieder wachsen. Er schmierte Gel auf den Kopf und die Haare standen ihm steif vom Kopf weg. Auf diese Weise sahen seine Haare aus wie eine Bürste und fühlten sich auch so an. Soweit zu seinen Haaren. Seine Haltung ist sicher und aufrecht, manchmal aber lax, obwohl man ihn in der Schule Bohnenstange oder lange Latte nannte. Später trieb er intensiv Sport, jetzt ist er wohlgebaut und breitschultrig. Tim ist kurzsichtig, deswegen trägt er eine Brille oder Kontaktlinsen. Hallo Sophie, könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Na klar. Mach bitte keine saure Mine. Stört dich denn mein düsteres Gesicht? Du machst eigentlich immer solch eine Mine, wenn du mir etwas Wichtiges mitteilen willst. Du kennst mich in- und auswendig. Also, was ist denn los? Du studierst zusammen mit einer jungen Frau. Die heißt Anna. Ihr schreibt gleich eine Klausur, stimmt's? Stimmt. Anna hat mir nämlich ihre Aufzeichnung gegeben. Heute will sie sie zurückhaben. Sei so lieb, übergib sie ihr. Ich kenne aber keine Anna. Ich beschreib sie dir. Fass dich aber kurz, in zwei Minuten läutet es. Sie hält sehr viel auf ihr Äußeres. Ein tolles Kennzeichen. Mach weiter. Sie ist ein schlankes Mädel, hat einen schmalen Hals, schlanke Hände, ist schmalschultrig, ihre Stirn ist offen und gewölbt. Weißt du, in unserer Gruppe studieren 20 Mädchen. Und alle haben die eben beschriebene Figur. Die Nase ist spitz und das Haar ist schlicht und braun. Ah, die kenne ich. Ein brünettes Mädchen mit braunen, mitunter leicht entzündeten Augen. Nein. Sie hat lange Wimpern und rote Wangen. Sie hat einen sinnlichen Mund und einen zarten Haar. So, so. Du bist über beide Ohren verknallt, hm? Es scheint mir, ich kenne Anna. Sie trägt am Mittelfinger immer einen Ring. Gott sei Dank. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe ihr die Aufzeichnungen zurück. Sophie ist eine sehr hilfsbereite junge Frau. Jeder wendet sich an sie mit seinen Problemen. Sie sieht sehr hübsch aus, achtet auf ihre schlanke Linie. Im Sommer fährt sie gern in den Süden und deshalb ist ihr Gesicht im Herbst immer rosig und der ganze Körper von der Sonne gebräunt. Ein feines Lächeln spielt ihr immer um den Mund. Wenn sie nachdenklich da sitzt, zieht sie ihre Stirn in Falten. Wenn sie sich wundert, macht sie große Augen, die in Wirklichkeit blau wie die See sind. Sie hat seidige, gepflegte, blonde, starke Haare, die sie mal zurück- oder mal hochkämmt. Sie hat gerade, schlanke Beine und eine aufrechte und vornehme Haltung. Sie ist flink und gewandt. Wenn sie mit forschen und graziösen Schritten den Seminarraum betritt, drehen alle die Köpfe in ihre Richtung. Sie versteht es gut, anderen die Köpfe zu verdrehen. Hallo Anna. Hi. Toll, dass ich dich gefunden habe. Mit deinem neuen Hut habe ich dich nicht gleich erkannt. Ich habe ihn gestern gekauft. Ich wollte eigentlich einen anderen, aber der ist mir vor der Nase weggeschnappt worden. Dieser steht dir auch. Tja, mit dem Kauf dieses Markenhutes habe ich mich echt verschuldet. Hier ist das Heft von dem, dem du den Kopf verdreht hast. Was ist das denn hier? Als er dich beschrieben hat, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. So kann nur ein verliebter Mann sprechen. Das ist aber an den Haaren herbeigezogen. Auf keinen Fall. Es läutet. Stimmt. Sag mir, welchen Umgang du hast und ich sage dir, wer du bist. Hallo. Endlich habe ich dich erreicht. Naja, du bist sehr hartnäckig. Meine Mutter hat mir von dir viele Grüße bestellt und hat gesagt, dass du heute schon mehrmals angerufen hast. Ich habe dich nämlich fünfmal angerufen. Wo bist du denn geblieben? Ich musste nach der Uni in die Buchhandlung, da ich eine Menge Fachbücher kaufen musste. Die könntest du dir auch in der Bibliothek ausleihen. Sie sind erst vor kurzem erschienen. Ach so. Was ist denn los? Raus mit der Sprache. Ich will dich nicht nerven. Du bist immer so aufopfern und menschenfreundlich. Schleiche nicht wie eine Katze um den heißen Brei herum. Schütte dein Herz aus. Du weißt doch, dass ich wortkarg und verschlossen bin. Doch nicht mir gegenüber. Du hast immer so viel Geduld mit mir. Ich kenne keinen geduldigeren Menschen als dich. Na, was ist passiert? Du bist doch sonst so schlagfertig und heiter. Ich bin durch die Prüfung gefallen. Alles klar. Deswegen bist du so niedergeschlagen. Ich kann nicht begreifen, wie es dazu gekommen ist. Eigentlich kommt es für mich auch wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Du hast so tüchtig gelernt. Habe ich auch. Du bist doch zielbewusst. Man muss sich einfach selbstkritisch sehen. Etwas stimmt doch nicht. In der letzten Zeit bist du sehr nervös, unausgeglichen, empfindlich, unbeherrscht, manchmal sogar hysterisch. Findest du? Nimm es mir bitte nicht übel, dass ich dir die Wahrheit so ohne weiteres ins Gesicht sage. Du bist in letzter Zeit sogar ab und zu je zornig. Ich bin einfach nur lebensmüde. Was? Lass diese Albernheiten. Seitdem ich mit dem verhätschelten Muttersöhnchen Schluss gemacht habe, ist Gleichgewicht etwas Fremdes für mich. Diesem Luftikus ist recht geschehen. Das schon. Dein Leon war durch und durch gemein und niederträchtig. Er bildet sich sehr viel auf seine Intelligenz ein. In Wirklichkeit ist er dumm wie Bohnenstroh. Du musst dir Leon eben aus dem Kopf schlagen. Und alles wird sich geben. Und ob. Ich muss jetzt zu Tisch. Auf Wiederhören. 14 Tage später. Meine Glückwünsche. Du hast eine Eins gekriegt. Ich bin deinem Rat gefolgt. Ich bin damit durch. Na, siehst du. Du hast dich zu deinem Vorteil verändert. Jetzt bin ich gesprächig und optimistisch gestimmt. Ich bin stolz auf dich. Hab aber keine Rosinen im Kopf. Und ich bin wieder mal schwärmerisch und romantisch. Und ein bisschen arrogant. Hast du jetzt Ruhe im Herzen? Ja, ich hab meine Ruhe wiedergefunden und bin selbstsicher wie noch nie. Jetzt muss ich einen echten Mann treffen. Dein leidenschaftlicher Wunsch geht auf jeden Fall in Erfüllung. Und ich weiß nicht, was ich mit meinem Bruder machen soll. Was ist denn? Er hört nicht mehr. Er ist so frech und sein unverschämtes Benehmen geht mir auf den Keks. Da kannst du nichts dafür. Darin ist seine Pubertät schuld. Meinst du? Man muss nur aufpassen, dass er nicht auf Abwege gerät, dass er schlechte Gesellschaft meidet. Das ist gerade das Problem. Wir können ihm nicht verbieten, rauszugehen. Dann kannst du sein Interesse für etwas wecken. Ach, er ist ziemlich uninteressiert, schlampig und widerspenstig. Abwarten und Tee trinken. Ich versuche nochmal mit ihm zu sprechen. Vertraute Gespräche muss man eben nie aufgeben, wenn auch mal die Worte ihre Wirkung verfehlen. Ich bin sicher, dass du ihm mit deiner Überzeugungskraft hilfst. Computer, was nun? Hab ich's mir doch gedacht. Was denn? Ich hatte so eine Ahnung, wo du stecken könntest. Im Computerraum. Du weißt doch, dass ich ein überzeugter Computerfan bin. Ich mache keinen Hehl daraus. Wie kommt das denn? Du hast eben selbst gesagt, dass du weißt, wo ich die ganze Freizeit verbringe. Deine Computergeschichte hat schon vor vielen Jahren angefangen. Alle Texte für die Schule tippst du immer auf dem Computer. Sie sehen doch gedruckt besser aus als handschriftlich. Und dazu dauert es zu lange, wenn ich in der Hand schreibe. Beherrschst du denn das Zehn-Finger-System? Ein bisschen schon. Und im Kopf rechnest du auch nicht mehr? Doch, es kommt schon mal vor. Setzen eure Lehrer voraus, dass ihr eure Referate auf dem Computer schreibt? Es wird eigentlich nicht vorausgesetzt, aber akzeptiert und gern gesehen. Tja, aus deinem Leben ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Du hast recht. In unserem Informationszeitalter kommt man ohne Computer nicht aus. Siehst du denn dabei keine Gefahren? Welche denn? Man kann sich vom Computer abhängig machen. Ach, Quatsch. Doch. Viele Kinder sitzen tagelang am Computer. Der Computer setzt ihnen ihre Freunde. Der Computer ist eigentlich nur eine Rechenmaschine. Kann schon sein. Aber einige halten ihn für ein Lebewesen. Solche Leute haben nicht alle Tassen im Schrank. Trotz der Spracherkennungssysteme bleibt der Computer bloß ein Gerät, das den Leuten schwierige Aufgaben abnimmt. Weißt du, man kann eigentlich verrückt werden. Neulich habe ich gelesen, dass man mit dem Computer sprechen kann und er beantwortet deine Fragen ganz lakonisch und trifft immer ins Schwarze. Oder ist das eine Ente? Ich kann ein Lied davon singen. Es ist schon lange her, dass solche Systeme entwickelt wurden. Ist künstliche Intelligenz für dich ein Begriff? Etwas habe ich davon gehört. Diese sogenannten intelligenten Computer schafft doch ein Mensch. Zahlreiche Aufgaben übernimmt der Computer und kommt damit vortrefflich zurecht. Da kann der Mensch gegen diese höchst kluge Maschine nicht ankommen. Stopp! Und Emotionen? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Menschliche Emotionen kann der Computer nicht nachahmen. Noch keiner hat ihm das bisher beigebracht. Es kann aber in Zukunft dazu kommen. Kann sein. Doch maschinelle Übersetzung ist ein Kapitel für sich. Viele Programmierer quälen sich damit ab. Da bin ich aber gespannt. Braucht man dann keine Übersetzer mehr? Doch. Gegenwärtige Systeme sind imstande, nur Rohübersetzungen zu erzeugen, die dann ein menschlicher Übersetzer noch nachbearbeiten muss. Also diese Systeme bringen jedoch schon einen Zeitgewinn und auf solche Weise können die Leute ziemlich viel Zeit sparen. Genau. Der Computer ist bloß ein Werkzeug und kann einen Menschen nicht ersetzen. Alles klar. Und was machst du da? Ich habe jetzt Programmieren als Wahlfach im Unterricht. Möchtest du eine Karriere in der Computerbranche machen? Warum nicht? Kannst du ein Programm schreiben? Ab und zu versuche ich mich an einem Algorithmus für ein Computerprogramm, bei dem ich beliebige Datenmengen so sehr komprimieren kann, dass diese ganz klein werden. Ach so. Und wozu brauchst du das? Dann könnte man zum Beispiel ganze Spielfilme, die auf DVD sind und sehr viel Speicherplatz in Anspruch nehmen, in ein paar Minuten per Internet verschicken. Auch gibt es noch sehr viele andere Möglichkeiten, um so ein Programm sinnvoll einzusetzen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es solche Programme schon? Das schon. Diese Arbeit meiner Meinung nach ist aber noch nicht gut genug. Aber das wird wohl lange ein Traum bleiben. Wieso denn? Erstens fehlen mir die Kenntnisse und zweitens ist der Zeitmangel auch ein Problem. Das Ganze kannst du dann abends und am Wochenende machen. Das stimmt. Aber bald haben wir eine Prüfung in Informatik. Echt? Wir auch. Könntest du mir Grundbegriffe erklären? Aber sicher. Komm bei mir morgen Abend vorbei. Abgemacht. Zu Hause bei Alexander. Also, fangen wir an. Die wichtigsten Bestandteile eines Computers sind der Bildschirm, die Tastatur, der Drucker, der Scanner und der Systemblock. Und drinnen gibt es so ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel ein RAM, ein Prozessor, eine Festplatte, ein CD-RW-Laufwerk. Entschuldigung, ich falle dir ins Wort. Ist die CD-ROM ein Datenträger? Ja, schon. Das ist die Abkürzung für Compact Disc Read-Only Memory. Das ist eigentlich eine optische Speicherplatte, auf der Daten festgehalten werden. Und wie funktioniert das alles? Der Laserstrahl des Rechners tastet die Daten im sogenannten CD-ROM-Laufwerk ab. Die DVD-Kamm später stimmt. Die DVD kann als Nachfolgerin der CD bezeichnet werden. Die DVD-Laufwerke arbeiten mit einem roten Laserstrahl. Und was ist eine Festplatte? Das ist auch eine Art Datenträger, der im Systemblock befestigt ist. Und Informationsaustausch erfolgt durch Disketten. Genau. Die Wechselplattenspeicher unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Speicherkapazitäten. Zugriffszeiten und Datenübertragungsraten. Guck mal her. Hier ist die siebte Skette. Darauf können wir 100 Megabyte Informationen speichern. Tatsächlich? Eine Menge. Weißt du, ich habe einige Informationen da im Rechner. Ich muss bloß die richtige Datei finden. Toll. Ach schön. Gefunden. Mach mal bitte den Drucker an. Ich drucke das aus. Welchen Drucker hast du denn? Es gibt ja drei Arten. Nadel-, Tintenstrahl- und Laserdrucker. Ich habe einen Tintenstrahldrucker. Guck mal da. Einige Buchstaben sind auf einmal weg. Warte mal. Ich muss alles dringend auf Viren prüfen. Viren? Das sind im Prinzip nichts anderes als kleine Programme, die sich wie biologische Viren von selbst vermehren. Und wie kann der Rechner angesteckt werden? Ganz einfach. Per infizierte E-Mail oder Datei. Wie kann man sich vor Viren schützen? Keine Daten austauschen. Das ist der hundertprozentige Schutz. Fahr bitte fort. Ein Virus kann sein zerstörerisches Werk beginnen, wenn ein von ihm infiziertes Programm gestartet wird. Und wenn er einmal einen Computer befallen hat, kann er dort alles Mögliche anstellen. Da ähnelt der Computer einem Menschen. Hast du noch unser voriges Gespräch im Kopf? Mach dir keine Sorgen. Der Computer kann an Viren kaum sterben. Alex, aus allem machst du Spaß. Und wie viele Virenarten gibt es? Gegenwärtig etwa 15.000. Aber täglich kommen neue dazu. Die Szene der Virenschreiber ist ausgesprochen aktiv. Im Radio habe ich einen Bericht gehört, dass die Virenentwickler meistens männlich und zwischen 14 und 21 Jahre alt sind. Wenn sie erwachsen sind, hören sie mitunter auf, Viren in Umlauf zu bringen. Verdammt! Mein Wörterdokument ist angesteckt. Das ist vermutlich ein Makrovirus. Einen Moment bitte. Ich hole gleich ein Virenschutzprogramm. Wie hast du diesen Virus entdeckt? Mit einem Virenscanner. Dieses Programm vergleicht jede Datei mit einer Dateibank aus Tausenden von Fingerabdrücken. Wenn sie eine Übereinstimmung findet, weiß die Software, mit welchem Virus sie es zu tun hat. Sie säubert die Datei und stellt die ursprüngliche Struktur her. Warum lassen sich dann die Leute einschüchtern, wenn alles repariert werden kann? Es werden, wie gesagt, täglich viele neue Viren entwickelt und dazu braucht man ein wirksames Gegenmittel. Hast du einen Internetzugang? Ja, ich surfe sehr oft im Netz. Und wozu braucht man ein Modem? Es wandelt Computerdaten so um, dass sie über das Telefonnetz übertragen und beim Empfänger in Computerdaten zurückverwandelt werden können. Es gibt aber auch Standleitungen. Und was hältst du vom Chatten? Zeitvergeudung. Aber einige können davon nicht genug bekommen. Ich habe im Internet meine Website. Sie ist in HTML programmiert. Du kannst sie dir mal angucken. Kann man da auch Kyrillisch tippen? Das ist mein Wunderpunkt. Als ich im April in Russland war, habe ich mir dort ein paar Computer-CDs und eine Windows-CD gekauft. Nun will ich diese auf meinen Computer installieren. Aber ich habe Probleme damit, die Schrift auf Kyrillisch anzeigen zu lassen. Ich habe versucht, alle möglichen Einstellungen zu ändern. Leider hat das noch nicht geklappt. Das wirst du sicher noch schaffen. Neulich habe ich ein Programm aus dem Netz heruntergeladen, das schnelles Tippen beibringt. Das Zehn-Finger-System? Genau. Kannst du es mir nachher ausleihen? Aber sicher. Weißt du, ich grübel sehr oft, wie unsere Computer-Zukunft aussehen könnte. Was ist denn in dich gefahren? Nach unserem Gespräch sind mir komische Sachen eingefallen. Welche denn? Der Computer ist mein Anrufbeantworter, mein Bildtelefon, mein persönlicher Assistent. Er verwaltet meine Termine und Adressen, meine Post und meine Freizeit. Er sagt dir guten Morgen und hält dich über alles auf dem Laufenden. Stimmt's? Schon möglich. Weißt du, ich möchte im Moment eine Wohnung mieten. Und mein Computer berichtet, ihr digitaler Immobilienspürhund hat ihre Traumwohnung gefunden. Der Termin für die Besichtigung und Vertragsunterschrift ist am Freitag in der Gartenstraße. Du träumst ganz schön. Wünschst du dir einen Computer auf dem neuesten Stand der Technik? Das kann ich mir nicht absprechen. Wir haben heute eine ganze Menge geschafft und brauchen Abwechslung. Machen wir eine Kaffeepause. Von mir aus. Winterfeste Hallo Lea, wir haben eine Aufgabe in der Schule bekommen, über Feste und Bräuche in Deutschland zu erzählen. Könntest du mir dabei helfen und mich darüber etwas aufklären? Selbstverständlich. Über welche Feste möchtest du etwas wissen? Über die Feste im Winter. Das wichtigste und größte Fest in Deutschland ist Weihnachten. Man feiert es wie in fast allen europäischen Ländern am 25. und 26. Dezember. Bist du sicher? Ich habe gehört, dass der 24. Dezember auch ein Feiertag ist. Ja, schon. Ein sogenannter Halberfeiertag. Die meisten Geschäfte sind nur bis mittags geöffnet. Und am Abend versammelt sich die ganze Familie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum. Die Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Wie heißt eigentlich der 24. Dezember? Heiligabend. Wenn man den ganzen Abend frei hat, kann man was unternehmen. Man kann zum Beispiel ins Konzert oder in die Disco gehen. Nein, das kannst du nicht machen. An Heiligabend sind fast alle Kinos, Cafés, Discos geschlossen. Denn alle verbringen den Abend im engsten Familienkreis. Und einige Tage vorher sollte man nochmal aufräumen. Tja, ein guter Anlass zum Sauermachen. Kommen wir zur Sache. Übrigens, Weihnachtet ist schon ab dem ersten Advent. Und die Kinder haben einen Adventskalender, der ihnen in den vier Adventswochen die Wartezeit vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend überbrücken hilft. Das tägliche Öffnen eines Türchens erhöht die Spannung. Den ersten Adventskalender druckte Gerd Lang im Jahr 1904 in München, der dann rasch Verbreitung fand. Woher weißt du denn das? Aus einem Buch. Der Titel ist mir leider entfallen. Die Adventszeit ist meiner Meinung nach die schönste im Jahr. Die beginnt vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest, oder? Genau. In Kirchen und Wohnungen werden Adventskränze mit vier Kerzen aufgehängt. Am ersten Adventssonntag wird die erste Kerze angezündet. Am zweiten die zweite. Und am vierten Adventssonntag brennen schon alle vier Kerzen. Das sieht bezaubernd aus. Tja, ein märchenhafter Anblick. Sowas möchte ich mal erleben. Und besonders bunt und lustig geht es in dieser Zeit auf dem Weihnachtsmarkt zu. Ein berühmter ist in Nürnberg, nicht wahr? Er heißt Nürnberger Christkindlesmarkt, liegt inmitten der liebenswerten Altstadt. Es wimmelt von Rauschgoldengeln und Zwetschgenmänneln, die übrigens beliebte Sammelobjekte sind. Zu Weihnachten ist die Flut von Touristen riesig groß. Nürnberg zieht sie halt magnetisch an. Da hast du völlig recht. Außerdem findet da jedes Jahr in einem Abend im Dezember der größte Kinderlaternenzug durch die mittelalterlichen geheimnisvollen Gassen statt. Ich habe sogar eine Legende vom Rauschgoldengel gehört. Der Puppenmacher Balthasar Hauser soll den ersten Engel gebastelt haben, als seine Tochter todkrank war und dem Vater von ihren Erscheinungen erzählte. Der Name Rauschgold ist auf den Glanz des Messings zurückzuführen. Woher aber kommt das Zwetschgenmännle? Es existiert seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Arme und Beine bestehen aus gedörrten Pflaumen. Südlich des Mainz heißen Pflaumen Zwetschgen. Lebkuchen, Glühwein, Rostbratwürste und Früchtebrot gehören ebenfalls zum Weihnachtsmarkt. Hm, den süßen Versuchungen kann wohl kaum jemand widerstehen. Regelmäßig werden im Advent alle Naschrekorde gebrochen. Weit über 130 Millionen Euro geben die Bundesbürger für Lebkuchen aus. Echt? Obwohl ich Deutsche bin, habe ich das nicht gewusst. Aber das konnte man wohl vermuten. Auf den Weihnachtsmärkten herrscht ein großer Trubel, aus dem man einige Tage lang nicht herauskommen kann. Man verkauft und kauft da Tannenbäume, Kerzen, Tannenbaumschmuck, Weihnachtspyramiden, Weihnachtsgeschenke und vieles andere. Die Leute sind bester Laune und lustig trotz des herrschenden Gedränges. Man singt Weihnachtslieder oder hört sich wenigstens eine Weihnachtsplatte an. Man kauft verschiedene Geschenke und verteilt sie. Weißt du, ich schmücke den Christbaum sehr gern. Ich auch. Ein Weihnachtsbaum stand schon im 16. Jahrhundert in den Wohnungen. Damals gab es keinen Tannenbaumschmuck und man schmückte ihn mit feinem Gebäck. Etwas später kamen Kerzen, glitzernde Ketten und schöne Schmucksachen dazu. Könntest du mir bitte den Unterschied zwischen den Wörtern der Christbaum, der Tannenbaum und der Weihnachtsbaum erklären? Das kommt darauf an, in welchem Teil Deutschlands, im nördlichen oder südlichen man ist. Der Begriff Weihnachtsbaum gilt für ganz Deutschland. In Norddeutschland pflegt man Tannenbaum zu sagen und in Süddeutschland Christbaum. In der Westschweiz gebraucht man für die Bezeichnung des Weihnachtsbaumes auch das Wort Christbaum. Warum denn gerade der Christbaum? Weihnachten ist doch das Fest der Geburt Christi. Alle Kinder warten mit Ungeduld auf dieses Fest, weil sie beschert werden. Am Heiligen Abend beschenkt der Weihnachtsmann die Kleinen. Ich weiß, dass der Weihnachtsmann auch andere Namen hat. Du hast recht. Zum Beispiel Santa Claus. Und in Russland nennt man ihn Väterchen Frost. Ich habe auch was über den Nikolaus gehört. Sein Namenstag wird am 6. Dezember gefeiert. Der Heilige Nikolaus gilt als Schutzpatron und Freund der Kinder. Die Nikolausbräuche sind unterschiedlich. Das kommt auf das Land an. Weißt du, vor kurzem habe ich zu meinem Erstaunen erfahren, dass der österreichische Nikolaus normalerweise mit Krampus kommt. In Deutschland heißt er Ruprecht. Wie sieht er denn aus? Hm, da bin ich überfragt. Ich glaube wie ein Großvater. Hat buschige weiße Augenbrauen und einen weißen langen Bart. Da es im Winter eiskalt ist, hat er eine rote Zipfelmütze mit weißer Bommel auf. Und ohne einen roten Mantel im weißen Besatz kann er nicht auskommen, damit untergrimmige Kälte draußen herrscht. Und über die Schulter hat er einen großen Sack mit zahlreichen Geschenken, Süßigkeiten und Leckereien. Aber das ist alles nur für brave Kinder bestimmt. Ja, das schon. Und für unartige Kinder hat er Routen mit, mit denen er ihnen eher Angst macht, als sie zu bestrafen. Sich als Weihnachtsmann zu verkleiden, ist ein guter vorweihnachtlicher Job für Studenten. Ich habe in einem deutschen Magazin gelesen, dass die Eltern jederzeit für rund 50 Euro einen Weihnachtsmann ins Haus bestellen können. Das ist eine gute Idee, um sein Taschengeld aufzubessern. Und in ländlichen Gebieten ist es noch heute üblich, dass ein Verwandter oder ein Bekannter als Nikolaus auftritt und Geschenke verteilt. Dafür aber müssen die Kinder ein Gedicht aufsagen. Der unsichtbare Nikolaus ist am 6. Dezember im Spiel, in dem er seine Geschenke in die Schuhe steckt. Genau. Es gibt eine Sitte, am Abend zuvor blank geputzte Stiefel vor die Tür zu stellen oder Socken an den Kaminen zu hängen. Klasse. Deutsche Kinder haben Glück. Sie bekommen Geschenke am Nikolaustag, danach werden sie zu Weihnachten beschert und zum Neujahr bekommen sie auf jeden Fall auch was geschenkt. Nein, da gibt es nichts. Zum Neujahr bekommt man nichts geschenkt. Tja, so ein Pech. Und die Eltern laufen sich die Füße wund, um das Richtige für ihre Kleinen zu finden. Zum Glück sind alle Geschäfte auf den Ansturm der Käufer vorbereitet. Wie hast du Weihnachten in diesem Jahr gefeiert? Gemütlich im Familienkreis. Zuerst sind wir in die Kirche gegangen, obwohl du weißt, dass ich nicht so gläubig bin. Aber es gehört sich einfach so. Dann haben wir gemütlich bei einem Glas Punsch gesessen. Endlich durfte ich Stollen essen, der schon wochenlang vorher gebacken wurde. Natürlich hat Weihnachten viele Geschenke gebracht und eine Woche später haben wir Silvester gefeiert. Silvester ist am 31. Dezember. In Russland feiert man Silvester als Familienfest. Bei uns ist das nicht der Fall. Es wird meistens im Freundeskreis zu Hause oder in einer Gaststätte bei Flotter Tanzmusik gefeiert. Geschenke sind nicht üblich. Getrunken wird Bier, Wein und Sekt. Es gibt ein prächtiges Feuerwerk, das oft zur Erhöhung der Stimmung beiträgt. Alle sind mit Heiterkeit und Lebensfreude erfüllt. Na, habe ich deine Neugier gestillt? Ganz und gar. Hm für겼 es? Ganz und gar. Ganz und gar. Das ist aus dem aller Gnaden. Die Neugier gestillt hier. Die Neugier gestillte sich so weit. Das ist eindingsiges Feuerwerk. Danke, danke. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Danke. securing氣. ullen bitte diese Voränderства. Danke, danke. Danke. Tan